Christoph hat uns gefragt, wie kommt eigentlich der Schaum aufs Bier? Ich bin Timo, das ist eine Minute Bier. Bier und Schaum gehört zusammen. Die meisten glauben, es liegt an der Kohlensäure, stimmt so nicht ganz. Kohlensäure haben auch noch andere Getränke, Cola, Limo und so weiter. Was haben wir noch? Wir haben eben noch Eiweiß, was wir während dem Brauprozess lösen aus unserem Malz. Die Kohlensäure ist trotzdem wichtig. Die Kohlensäure ist sowas wie der Starter bei dem Ganzen. Man muss sich vorstellen, das Kohlensäurebläschen steigt nach oben, wird von dem Eiweiß, was ich gerade angesprochen habe, umhüllt und platzt deswegen an der Oberfläche nicht. Dann steigt die nächste Kohlensäureblase nach oben, wird von Eiweiß umhüllt und platzt wieder nicht. Passiert dann, keine Ahnung wie oft, oft genug, dass ihr am Ende diese wunderschöne Schaumkrone seht, die ihr von unseren Bieren kennt. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.